Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute geht es um die Lehre vom fehlerhaften oder auch faktischen Arbeitsverhältnis. Diese Konstruktion modifiziert die Rückabwicklung eines nichtigen Arbeitsvertrags. Grundsätzlich wird ein nichtiger Vertrag über das Bereicherungsrecht rückabgewickelt. Die Nichtigkeit wirkt dabei ex tunc. Das heißt, dass alle bisher erfolgten Leistungen kondiziert werden können. Bei Dauerschuldverhältnissen muss somit im Zweifelsfall eine jahrelange Geschäftsbeziehung rückabgewickelt werden. Bei manchen Dauerschuldverhältnissen, aber nicht bei allen, wird dieses Ergebnis nach herrschender Ansicht korrigiert. Der Nichtigkeitsgrund erlaubt den Vertragsparteien dann nur, das Schuldverhältnis durch einseitige Erklärung ex nunc zu beenden. Bis zur Beendigung wird dagegen ein tatsächliches, wirksames Schuldverhältnis mit allen Rechten und Pflichten fingiert. Frage an euch, für welche Schuldverhältnisse wird eine solche Korrektur vorgenommen? Die Schuldverhältnisse, bei denen eine solche Korrektur vorgenommen wird, sind Arbeitsvertrag und Gesellschaftsvertrag. Man spricht dann jeweils von der fehlerhaften Gesellschaft oder vom fehlerhaften Arbeitsverhältnis. Vollständig verallgemeinern lässt sich dieser Grundsatz nach herrschender Ansicht aber nicht. Miet- und Pachtverträge werden vielmehr vollständig rückabgewickelt, wenn sie nichtig sind, obwohl sich dabei ähnliche Probleme stellen können, wie beim Arbeitsvertrag. Jetzt aber zurück zum Arbeitsrecht und zu den Voraussetzungen für die Anwendung der Lehre vom fehlerhaften Arbeitsverhältnis. Zuerst brauchen wir einen tatsächlich abgeschlossenen Vertrag, der aber an einem Nichtigkeitsgrund leidet. Weiter muss das Arbeitsverhältnis bereits in Vollzug gesetzt worden sein. Diese zweite Voraussetzung hat ihren Grund in der teleologischen Rechtfertigung der Lehre vom fehlerhaften Arbeitsverhältnis. Ein niemals vollzogener Vertrag macht in der Rückabwicklung keine Schwierigkeiten und eine Ausnahme vom Grundsatz der Extunknichtigkeit ist somit nicht erforderlich. Die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung eines kompletten, gegebenenfalls über viele Jahre vollzogenen Arbeitsverhältnisses ist dagegen mit erheblichem Aufwand verbunden. Der Arbeitnehmer könnte den objektiven Wert seiner tatsächlich erbrachten Arbeitsleistungen kondizieren. Dieser Wert lässt sich aber nur sehr schwer ermitteln. Hinzu kommt, dass nicht klar ist, wie etwa Krankheitstage, Urlaubstage oder andere besondere Entgeltbestandteile wie Bonuszahlungen berücksichtigt werden sollen. Die aufwändige Rückabwicklung allein reicht aber nicht aus, um die Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis zu rechtfertigen. Denn ein entsprechendes Argument könnte man so für ziemlich jedes Dauerschuldverhältnis anführen. Wir haben aber eben schon festgehalten, dass die Extunkrückabwicklung nicht bei jedem Dauerschuldverhältnis ausgeschlossen wird. Welches Argument könnte man für den Arbeitsvertrag zusätzlich heranziehen? Als Argument sollte auf jeden Fall auch der Schutz der Arbeitnehmer hinzukommen. Der Arbeitslohn ist regelmäßig deren Lebensgrundlage. Wer tatsächlich arbeitet, soll sich deshalb auch darauf verlassen können, dass er zu den im Arbeitsvertrag zugesicherten Konditionen entlohnt wird. Andernfalls bliebe für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein beträchtliches finanzielles Risiko, wenn der kondizierbare objektive Wert der Arbeit geringer ist als das vertraglich vereinbarte Entgelt. Dieses zusätzliche Argument lässt sich nicht ohne weiteres auf andere Vertragstypen übertragen. Soviel zu den grundsätzlichen Erwägungen, die zur Ausnahme vom Grundsatz der Extunknichtigkeit führen. In bestimmten Fällen wird nun aber wiederum eine Ausnahme von der Lehre des faktischen Arbeitsverhältnisses gemacht. Welche könnten das sein? Eine Extunkrückabwicklung ist insbesondere geboten, wenn die Vertragsparteien des Arbeitsvertrags die Rechtssicherheit einer bloßen Beendigung nicht verdienen. Das kann etwa der Fall sein, wenn beide Parteien gleichermaßen einen schweren Sittenverstoß begangen haben oder sie gegen Strafgesetze verstoßen. Außerdem wissen wir, der Minderjährige ist der König des BGB. Beschränkt geschäftsfähige und geschäftsunfähige dürfen von den Grundsätzen des fehlerhaften Arbeitsverhältnisses nur profitieren. Minderjährige Arbeitnehmer treffen deshalb keine vertraglichen Ansprüche aus einem fehlerhaften Arbeitsverhältnis. Sie haften also zum Beispiel nicht aus 281-241-2. Minderjährige Arbeitgeber können eine Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht dagegen verlangen. Im Zweifelsfall solltet ihr jeweils den Schutzzweck des Nichtigkeitsgrundes berücksichtigen und von den Grundsätzen des fehlerhaften Arbeitsverhältnisses eine Ausnahme machen, wenn die Extunkbeendigung diesem Schutzzweck widersprechen würde. Fassen wir also noch einmal zusammen. Die Lehre vom fehlerhaften Arbeitsverhältnis führt dazu, dass ein nichtiger Arbeitsvertrag nicht aufwendig rückabgewickelt wird. Stattdessen können die Vertragsparteien den Arbeitsvertrag durch eine einseitige Erklärung ex nunc beenden. Die Voraussetzungen dafür sind erstens ein tatsächlich abgeschlossener Arbeitsvertrag, zweitens ein Nichtigkeitsgrund und drittens die Inverzugssetzung des Arbeitsverhältnisses. Viertens dürfen keine schutzwürdigen Interessen entgegenstehen. Hierfür solltet ihr euch am Schutzzweck des jeweiligen Nichtigkeitsgrunds orientieren. Die Lehre vom fehlerhaften Arbeitsverhältnis ist mit der Lehre der fehlerhaften Gesellschaft vergleichbar. Nach herrschender Ansicht werden aber nicht alle Dauerschuldverhältnisse entsprechend modifiziert, wenn es um Fragen der Rückabwicklung geht. Seid also sehr vorsichtig mit Verallgemeinerung. Das war unser Video zum fehlerhaften Arbeitsverhältnis. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.